Wegen ihrer scharfen Kritik am früheren US-Präsidenten Donald Trump ist die ranghohe Republikanerin Liz Cheney aus der Fraktionsführung geworfen worden. Cheney war bislang die Nummer drei der Konservativen im Repräsentantenhaus. Bei einer Fraktionssitzung wurde sie jetzt ihres Amtes enthoben. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney ist eine der schärfsten parteiinternen Kritikerinnen Trumps. Cheney hatte nach der Kapitolerstürmung vom 6. Januar als eine von nur zehn Republikanern für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den damaligen Präsidenten gestimmt. Die 54-jährige Abgeordnete aus dem Bundesstaat Wyoming kündigt an, sich ihm weiter in den Weg zu stellen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass der frühere Präsident nie wieder auch nur in die Nähe des Oval Office kommt. Wir haben die Gefahr gesehen, die er mit seiner Sprache provoziert. Trump hat indes in den vergangenen Monaten seine Macht über die Republikaner weiter gefestigt. Er bezeichnet Cheney nach ihrer Abwahl als ein verbittertes, furchtbares menschliches Wesen. Cheneys Nachfolgerin dürfte Trumps Verbündete Elise Stefanik werden.